Wenn es ums Thema Geld verdienen geht, dann leben wir in verdammt spannenden Zeiten. Ziemlich verrückten Zeiten, könnte man auch sagen. Ungefähr so verrückt wie diese Website hier von Midjourney. Und um die soll es eben auch heute gehen. Ich möchte Ihnen eine Methode zeigen, die jetzt gerade aktuell in diesem AI-Hype, in diesem Chat-GPT, künstlichen Intelligenzen-Hype entsteht, mit der du Geld verdienen kannst. Und tatsächlich geht es dir heute darum, dass wir Kunst verkaufen. Und jetzt können wir mittlerweile Kunst verkaufen, die nicht von uns ist. Aber Achtung, das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie unsere Kunden in das Licht führen. Nein, der Kunde weiß, dass die Kunst von uns nicht von uns entstellt wurde, sondern von künstlicher Intelligenz, von Tools wie eben Midjourney. Und ich zeige dir eben heute, wie das geht, wie du selber Kunst mit Midjourney erstellen kannst, wo du diese Kunst verkaufen kannst. Nochmal, die Kunden wollen AI-Kunst kaufen. Die wollen nicht, dass du anfängst, mit einem Pinsel irgendwo draufzukraxeln, sondern ich zeige dir eben, wie du das über eine Plattform wie Fiverr eben machen kannst. Und dann kannst du eben selber Kunst verkaufen, die du nicht erstellt haben musst. Also die künstliche Ader, die fällt weg. Die habe ich persönlich zum Beispiel auch nicht. Aber neue Methoden machen sich einfach jetzt auf mit diesen Tools. Ich zeige dir also, wie du das Tool anwenden kannst, wie du damit dann eben das verkaufen kannst. Und was natürlich am Ende dann auch an Verdienst drin ist, wie viel Geld möglich ist mit Kunst, die du selber gar nicht erstellst. Und wir gehen natürlich auch nochmal gerne darauf ein, warum sollte überhaupt jemand Kunst kaufen, die von KI erstellt wurde. Dazu also alles später mehr. Das heißt, wir würden sagen, wir starten mal direkt mit unserer Strategie rein. Und ich zeige dir erstmal, wie du dieses Tool mit Journey nutzen kannst, um Kunst zu erstellen. Denn die Einzigartigkeit und die Faszination, was das Tool schon kann, das alleine sollte ausreichen, dich schon mal zu inspirieren, dieser Methode zum Geldverdienen eine Chance zu geben. Ja, und wenn du eben dich anmelden möchtest, dann gehst du hier auf der Webseite auf Join the Beta. Und dann musst du dich einfach nur mal kurz anmelden. Du musst deinen Namen angeben. Und dann brauchst du das Tool Discord. Das ist quasi ein Online-Chatroom. Da kannst du dich einfach runterladen. Da kann man eben auch Online-Calls machen. Kennst du vielleicht schon von Skype und Teamspeak und so weiter. Aus der Gaming-Szene ist das vor allem sehr bekannt. Und dieser Server, quasi dieser Bot, der Texte, der nicht Texte, sondern Bilder generiert, ganz wichtig, nur Bilder, der heißt Mid-Journey und der funktioniert eben nur über dieses Tool Discord. Und du wirst aber da angeleitet. Also, wenn du einfach hier auf Join Beta klickst, dann wird alles für dich quasi erledigt. Du erstellst dort auch einen Discord-Account. Und dann bist du schon direkt drin im Server von Mid-Journey. Und ich nehme dich jetzt mal rein in mein Account und zeige dir direkt, wie das Ganze aussieht. So, und dann herzlich willkommen im Account von Discord. Ihr seht es eben, das ist hier dieser Discord-Kanal. Ihr seht es auch eben hier unter URL, Discord.com. Und das sind jetzt eben diese vereinzelten, die ganzen Threads, die Channels, die jetzt eben der Mid-Journey-Bot hat. Das ist also im Prinzip so eine kleine, ja, aufgebaute Community mit verschiedenen Foren. Kann man sich das quasi so vorstellen. Und ihr seht eben hier links, habe ich jetzt sowas wie Newbies. Da steht Newcomer Rooms 3. Das sind also im Prinzip die Sachen, wo auch wir uns zum Beispiel jetzt rumtummeln können, um einfach mal gemeinsam zu versuchen, wie das Ganze funktioniert und mal ein Gefühl für dieses Tool zu bekommen. Und ich hatte jetzt eben hier auch schon mal was Kleines vorbereitet. Ihr seht es hier. Das ist quasi so ein Community-Chat. Das heißt, hier kannst du einfach der AI was sagen. Ja, hier unten siehst du es auch. Der AI kannst du einfach hier unten was sagen. Ähnlich wie bei ChatGPT. Und dann erstellt es dir aber eben kein Textantwort, sondern es erstellt dir Bilder. Und ich hatte hier zum Beispiel eben gesagt, Dog with Head Realistic Cyberpunk. Ja, also ich möchte einen Hund mit einem Hut auf in einem realistischen Cyberpunk-Stil haben. Und das hat er mir wirklich innerhalb von ein paar Sekunden ausgespuckt. Sehr, sehr spannend, wie das aussieht. Und ihr seht schon eben, was für eine Macht das hat. Also das hier könnten locker irgendwelche Charaktere aus dem Computerspiel sein. Das könnte irgendwas Kottchen sein. Das könnte man auf, keine Ahnung, Buchtitel draufpacken, Cover-Titel draufpacken und, und, und. Also richtig, richtig cool. Und ihr könnt ja mal so ein bisschen sehen, manche nutzen es zum Beispiel eben auch für Logo-Erstellung. Das wird übrigens ein nächstes Video von mir sein, wie ihr mit Logo-Design und mit so klassischen Design-Jobs, die früher noch anders waren zum Geld verdienen, die jetzt durch solche Tools eben auch noch viel besser werden, wie man damit eben Geld erstellen kann, Geld verdienen kann und Logos erstellen kann und andere Print-Erzeugnisse zum Beispiel auch erstellen kann oder andere digitale Designs erstellen kann. Dazu dann später mehr. Aber hier könnt ihr schon mal sehen ein bisschen, was möglich ist. Ja, ihr seht auch hier, total realistische Dinge können möglich sein oder eben so ein bisschen die abstrakte Kunst mäßig. Also es ist wirklich faszinierend, was hier alles möglich ist. Und ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie ihr das Ganze erstellen könnt. Wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt hier wieder das mit meinem Dock, der eine Hund, also der Hund, der einen Hut auf hat, da müsst ihr hier unten einfach nur was reingeben. Und zwar beginnt es bei Mid-Journey hier im Discord-Chat immer mit einem Slash und ihr sagt dem jetzt immer Slash Imagine. So, und dann kommt das auch direkt, also ihr seht hier Prompt, Enter und jetzt wird die Prompt eingegeben. Jetzt könnt ihr hier einfach reinschreiben, was ihr wollt. Enter drücken und dann wird das Ganze eben erstellt. Und sobald das eben gemacht wurde, wir können mal nach ganz unten scrollen. Ja, das ist ja hier ein Feed, der von ganz vielen Leuten genutzt wird. Scrollen wir mal nach ganz unten. Da müssten wir jetzt uns das irgendwo sehen können. Ich hätte jetzt natürlich nach da oben draufklicken können. Aber sei es drum, wir scrollen einfach mal ganz kurz nach unten. So, und ihr seht das jetzt eben, dass hier die ganzen neuen Bilder von mir erstellt worden sind. Ich habe einfach das gleich nochmal eingegeben und die Bilder sind jetzt etwas anders wie oben. Und so könnt ihr, hoppala, in Hand umdrehen eben die Dinge erstellen, die ihr dort sagt. Und ihr seht eben hier die Leute, die nutzen das nach und nach. Und so sieht es übrigens aus. Am Anfang bekommt ihr so verwaschene Bilder, die dann nach und nach immer mehr geschärft werden. Und was dieses Tool kann, ist, glaube ich, jetzt einigermaßen klar geworden. Das heißt, Umricht-Tipp Nummer 1, meldet euch hier an. Ist natürlich kostenlos. Tolle Qualität von den Bildern. Ihr könnt die auch unterstützen. Wenn ihr zum Beispiel High-Quality wollt, dann kostet das 50 Dollar im Moor. Das müsst ihr aber überhaupt nicht machen. Das reicht hier vollkommen auf der Basic-Version. Das ist alles kostenlos. Spielt mal ein bisschen damit rum, experimentiert das Ganze. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr mit diesen Bildern Geld verdienen könnt, indem ihr sie einfach verkauft. Und nochmal, die Leute wollen das kaufen. Und zwar verkaufen wir unsere Kunst heute auf Fiverr. Also einer klassischen Freelancing-Plattform. Wichtig an der Stelle, ihr müsst es nicht nur auf Fiverr verkaufen. Ihr könnt auch, ich glaube, in Zukunft sogar noch viel besser mit solchen Sachen gehen und sagen, hey, ich gehe wieder auch direkt an meine Endkunden dran. Ja, viele wissen es von euch, ich bin Agenturinhaber und ich mache seit Jahren nichts anderes, als an Leute rantreten, an Unternehmen rantreten, um meine Dienstleistung anzupreisen, zu verkaufen. Das ist der klassische Pitch im Unternehmertum. Und das ist eben die Möglichkeit, wo man mehr Geld mit verdienen kann. Aber auf Freelancing-Plattformen wie Fiverr kann man auch gutes Geld verdienen. Gerade wenn man anfangen möchte, in diesem Bereich Fuß zu fassen. Deswegen nehme ich Fiverr immer ganz gerne als Exemplar. Und man muss auch sagen, Fiverr ist, was das angeht, eine der modernsten Plattformen gerade, weil die haben zuallererst als erste Freelancing-Plattform auf dieses KI-Thema reagiert. Und wie ihr seht, hier eine eigene Kategorie erschaffen. Wenn wir auf die Startseite kurz drauf gehen, dann seht ihr auch schon hier, beliebt ist jetzt neben diesen drei Webseiten, WordPress und Logo-Design-Bereichen, jetzt auch schon KI-Services. Und wenn ich hier draufklicke, ist es eine ganz eigene Landingpage mit eben verschiedenen Sachen, die jetzt schon möglich sind, die man eben machen kann mit KI. Und ihr seht eben auch hier eine Sache KI-Künstler. Und darauf gehen wir jetzt auch mal drauf. Und dann seht ihr schon, okay, hier werden jetzt ganz viele Sachen angeboten, KI-Kunst zu verkaufen. Hier ist zum Beispiel, I will create stunning AI-generated art, Portraits or Charakter-Design. Wenn wir da jetzt drauf gehen, sehen wir, dass sie das hier sagt, okay, sie braucht vier Tage dafür. Sie macht, und was haben wir hier noch, zehn Möglichkeiten. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, hey, bitte, mach mir mal ein Cyberpunk-Design von meinem Hund. Bleiben wir mal bei dem Thema. Dann könnte ich jetzt quasi wahrscheinlich ein Bild von meinem Hund geben. Und dann sagt sie, hey, okay, ich werde dir ein Bild erstellen. Und ich werde dir zehn verschiedene Varianten geben. Und du kannst mir am Ende sagen, was du am besten findest. Das heißt, das ist eine ganz einfache Arbeit für sie. Sie muss natürlich immer wieder auf Mid-Journey geben. Nicht bitte der Illusion verfallen, dass ihr das einmal nur eingeben müsst, Mid-Journey, dann war gut. Nein, ihr müsst natürlich dann immer ein bisschen was anpassen. Gerade wenn jemand eine konkrete Vorstellung hat als Kunde, dann werdet ihr erst mal eine Prompt erstellen. Werdet merken, okay, die Bilder sind gut, aber noch nicht perfekt. Und dann müsst ihr halt die Bilder anpassen. Das könnt ihr eben auch machen. Wir haben das eben hier gehabt. Ihr könnt hier immer bei denen, ihr seht es hier, diese verschiedenen Varianten. Da könnt ihr jetzt beispielsweise sagen, hey, hier, V1 fand ich gut. Oder gehen wir auf uns das hier drauf. Jetzt bin ich gerade abgemeldet. Okay, das heißt, manchmal passiert auch noch ein bisschen so ein Error passiert. Also genau, ihr könnt eben hier jetzt sagen, hey, V1 fand ich am besten und kannst du mir dafür nicht mal alles nochmal neu erstellen. Und dann wird eben das nochmal angepasst. Und ihr könnt auch nochmal neue Befehle geben, dass ihr eben sagt, hey, nimm mal bitte V1, aber mach es so und so. Also könnt ihr die Sachen eben perfekt anpassen. Und so wird sie eben hier arbeiten. Und ihr seht schon mal hier, für eine digitale Kunst mit zehn verschiedenen Varianten nimmt sie hier 24 Euro. Wenn es schneller gehen muss und mehr Sarpels sein sollen, also mehr Varianten von diesem Hund zum Beispiel, nimmt sie 49 Euro und hier 69 Euro. Natürlich hat sie auch schon Bewertungen. Das heißt, je mehr Bewertungen ich auf V1 habe, desto mehr kann ich auch dafür verlangen, weil das eben der beste Proof ist, dass man gute Dienstleistungen bringt. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Ihr könnt hier einfach gutes Geld verdienen, indem ihr sagt, okay, ich weiß, dass ich nicht künstlerisch begabt bin, aber ich kann hier KI-Kunst anbieten. Und wie ihr seht, die Leute, die nehmen dafür gutes Geld. Die Leute werden offensichtlich auch gebucht. 89 Euro, 15 Euro, 20 Euro, 74 Euro. Und alle haben hier Bewertungen. Ja, das heißt, ihr könnt hier Geld verdienen mit dieser Kunst. Und ganz wichtig, ihr könnt hier international Geld verdienen. Auf Firefox ist es nämlich immer auch spannend, wenn ich natürlich auch im englischsprachigen Raum verkaufen kann, weil der natürlich größer ist als der deutschsprachige Raum. Deswegen hier Kunst, da geht es nicht um Text und so weiter. Wenn ihr ein bisschen kommunizieren könnt auf Englisch mit euren Auftraggebern, dann reicht euch das. Und wenn ihr da ein bisschen Probleme habt, dann könnt ihr halt toolswithdeeple.com nutzen und dann die Konversation damit leiten. Bedeutet also nicht sprachenabhängig. Ihr könnt international KI-Kunst verkaufen. Ihr müsst quasi weder Deutsch oder Englisch sprechen können unbedingt, natürlich ein bisschen. Und ihr müsst keine Kunst erstellen können, weil das macht die AI für euch. Also, ich glaube, das ist mal ein richtig spannender Bereich, der auch in Zukunft noch viel, viel größer sein wird. Ich werde euch da auf jeden Fall auch noch Geschäftsmodelle vorstellen, die ich auch selber teste oder die ich kennenlerne durch andere Kontakte, weil das natürlich gerade ein großer, großer Markt ist, wo ganz viel Musik drin ist. Und da werde ich euch in Zukunft noch ganz viel mehr davon verraten. Übrigens, wenn ihr mehr zu dem Thema wissen möchtet, wie ihr mit ChatGPT Geld verdienen könnt, dann schaut mal in den ersten Kommentar rein, der angepinnt ist hier unter dem Video. Da habe ich euch ein sehr, sehr spannendes Video verlinkt. Und schaut in die Videobeschreibung rein, da habe ich euch nämlich die ChatGPT-Playlist von mir verlinkt. Da habe ich schon ganz, ganz viele Videos gemacht, wie ihr Geld verdienen könnt mit künstlicher Intelligenz. Ja, und wenn ihr sagt, ihr wollt mit mir persönlich so ein Business aufbauen, sei es über Freelancing, sei es über Agentur und ihr möchtet künstliche Intelligenz nutzen, dann schaut mal in die Videobeschreibung rein. Und da ist nämlich das Thema 1 zu 1 Coaching mit mir persönlich. Da könnt ihr schon mit einer Stunde, also auf Stundenbasis, mit mir zusammenarbeiten. Hier in dem Fall seht ihr den Preis eingeblendet. Ich habe 8 Jahre Online-Marketing-Erfahrung. Ich bin jetzt 5 Jahre Agenturinhaber. Jetzt mittlerweile schon fast 6, muss ich mal langsam updaten. Bedeutet also, ich kann euch ein bisschen was dazu erzählen. Und glaubt mir, gerade auch in meinen Agenturen, zum Beispiel der Convect-Agentur für Suchmaschinenoptimierung, namentlich diese Agentur hier, oder natürlich eben auch in meiner Agentur für Personalgewinnung, Digitalpersonalgewinnung, die karrierschritt.de, seht ihr eben, das kann ich euch bestätigen, dass wir hier auch schon anfangen, eben KI zu integrieren. Übrigens ganz witzig, gerade bei der SEO-Agentur nutzen wir KI schon seit einiger Zeit, schon seit mehreren Jahren. Natürlich jetzt gerade im Hype, deswegen reagieren wir da drauf und sagen das selber. Also, wenn ihr ein bisschen mit mir zusammenarbeiten möchtet, ihr seht, glaube ich, ein bisschen, und ich habe Erfahrungen in dem ganzen Bereich, sonst könnte ich ja auch nicht einfach so darüber reden hier auf YouTube. Würde mich freuen. Einfach mal in den Videos schreiben und gucken. Da ist der Link zu meinem Coaching, der Link zur Playlist mit Chat-GPT-Geld verdienen. Und wie gesagt, im ersten Kommentar ist angepinnt, ein Video von mir, das euch, glaube ich, ziemlich begeistern wird. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.